tun so Arschloch Jo, jetzt bin ich in einem schwebenden Dunkelwald oh boy ich möchte aber auch anmerken, dass ich 100 Leben habe, obwohl ich nichts gegessen habe und so weiter oh, ich bin bei den Loxen, hallo Loxen ich steh auf einem Lox, ich hab ihn gezähmt oh man ey, dieses Spiel war mal so cool aber ich erkunde die Map, man kann nichts sagen oh wow mach mal deine Karte auf, ob du auch wirklich was erkundest ja, ja, guck mal hier, das hier hatte ich gerade alles noch nicht aber weil das halt nicht aufhört, ne, sonst politierst du nicht mehr weiter ja, vor allem, also die Gegner realisieren auch nicht, dass ich da bin oh, jetzt bist du neben dem Goblins ja, hi, ich bin einer von euch aber wir sehen dich auch auf der Karte, das ist echt lustig das ist ja der Hammer ich habe gerade OBS nochmal, also ich streame nicht, aber ich habe es mal ganz kurz zum Aufnehmen nochmal angeschmissen ja ja, also falls ich das jemals hochlade, was passiert ist, ist ich bin im PvP gestorben, aus meinem Bett aufgestanden und dann passiert das was für Hölle hallo Goblins, da bin ich wieder ja, du bist im Valhalla ja, ok Goblins, was ist der Plan da hinten ist die Base wir greifen jeden Moment an ok, ihr steht hier aber schon eine ganze Weile, ne ich bin aber wieder weg hallo jetzt bin ich meine Great Wolf oh, du hast nur noch 25 Leben oh nein, jetzt hast du wieder 100 Leben ja, ich heile einfach die ganze Zeit auf 100 ja, ich heile einfach die ganze Zeit auf 100 ja, ich will doch oh wow oh wow ja, Geile ach du Scheiße, ey ist ja auch eine geile Methode, ne oh mein Gott, bei mir ist dasselbe jetzt oh man und wo ich bin, ich bin jetzt irgendwo im Dunkelwald, ich kann nix machen, ich kann mich nicht bewegen ey, dieses... oh, er hat mich angegriffen, ich war kurz real äh, ich bin, ich bin unsichtbar cool Herr Berg mitten im Wald alles gut aber, bei, 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 bei mir passiert nix ja, ich würd sagen, wir haben es nach Freihalla geschafft hallo ich steh... ey, ich hab, ich hab immerhin meine Haare und meinen Bart jetzt schonmal wieder das hatte ich bis eben ja auch nicht da spawnt das Haus, da ist Nigra jetzt ist ein Nippen neben mir tot aufgetaucht was passiert? was? nein, ich hab meine Haare wieder verloren du hast einen Kollegen, der schwebt jetzt mit dir was zur Hölle ein wacher Graulinger bleibt bei seinem Meister das ist ein Holz ich surfe in der Luft, ich bin der Silver Surfer oh boy ich bin auf der Karte der Holz Surfer Holz weg ich versuche mich nochmal einzuloggen drück mal auf M ja, da bist du ja ja, ich spawne gerade die ganze Zeit zwischen hier, dem Meer hier oben und unseren, unser Base durch die Gegend ey, ich bin wieder da, guck wo ich bin ja ja, im Dunkelnwald da, Ungar ich steh mitten im Dunkelnwald aber ich kann mich wieder bewegen und bin auch normal und so weiter ach du scheiße ja, das wär ja geil gewesen jetzt beim Boss auf einmal momentan ja, also wir können festhalten, der letzte Patch, der hat's richtig schön ja, der davor war schon ordentlich ja, aber der hat's jetzt richtig der hat's jetzt richtig zerschossen, ja naja, gut ja, dann würde ich sagen, das ist doch ein schöner Zeitpunkt, um auszulogen ja, dann würde ich sagen, das ist doch ein schöner Zeitpunkt ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich bin wieder da